Und somit darf ich Sie herzlich zur diesjährigen Vorlesung über die Anatomie des Auges willkommen heißen, in der wir uns intensiv mit dem Aufbau dieses faszinierenden Organs beschäftigen. Die Vorlesung wird aufgezeichnet, das heißt nützen Sie die Möglichkeit, springen Sie zu den Teilen, die für Ihre Prüfungen relevant sind oder spulen Sie zurück, wenn Sie etwas ein zweites Mal ansehen möchten. Stürzen wir uns also gleich ins Geschehen und beginnen wir mit dem Aufbau der Orbitalregion, der Regio Orbitalis. Wie wir alle wissen, haben wir eine Augenbraue oder eigentlich zwei, diese wird auch als Superzilium bezeichnet. Weiters haben wir ein oberes und ein unteres Augenlid, die auch als Palpebra Superior und Palpebra inferior bezeichnet werden. Der mediale Augenwinkel wird als Commissura Medialis Palpebrarum bezeichnet und der äußere Augenwinkel als Commissura Lateralis Palpebrarum. Die Wimpern werden auch als Zilien bezeichnet und befinden sich am oberen und am unteren Augenlid. Die Bindehaut oder auch Konjunktiva ist eine durchsichtige Haut, die von außen nur hier vor der Sklera, vor dem Weißen des Auges sichtbar ist. Die Pupille ist das Seeloch, ist das Loch in der Mitte der Iris, der Regenbogenhaut, die uns allen die Farbe gibt. Der Tränenkarunkel oder die Caruncula Lacrymalis ist ein Geschwulst, das wir hier im Bereich der Nase sehen und ein Überrest der Plika Semilunaris, die bei Tieren vor allem von Bedeutung ist. Wenn wir nun eine Schicht tiefer gehen, dann sehen wir eine Vielzahl an Muskeln, die nicht alle direkt mit dem Auge in Verbindung stehen, beispielsweise dem Musculus Temporalis oder dem Musculus Occipitofrontalis oder auch dem Musculus Depressor Supercili. Aber für die Augenheilkunde besonders relevant ist der Musculus Orbicularis Oculi. Ein ringförmiger Muskel, der durch den Nervus Facialis, durch den sinkenden Gehirnnerven innerviert ist und vor allem für das Schließen der Augen verantwortlich ist. Gehen wir noch weiter tiefer, so können wir bereits den knöchernen Rahmen der Augenhöhle der Orbiter feststellen und vor allem eine wesentliche Struktur zeigt sich dann und zwar das Septum Orbitale. Das Septum Orbitale trennt den vorderen Teil der Augenhöhle vom inneren Teil der Augenhöhle ab und wird beispielsweise im Rahmen mancher Operationen, wenn es notwendig ist, zu den Muskeln im Inneren der Orbiter oder auch bei plastischen Operationen, wo es hier zu einem Fettprolaps kommt, eröffnet. Wir haben hier auch eine Vielzahl an Gefäßen und Nerven, die wir uns relativ leicht merken können, weil sie ihren Namen meistens dem Ort verdanken, an dem sie entspringen, zum Beispiel der Arterien und Nervus Supraorbitalis, die am oberen Orbiterrand die knöchernen Strukturen verlassen und ähnlich dazu die Arteria und den Nervus Infraorbitalis, die am unteren Rand der Orbiter entspringen. Die Arteria und Vena angularis, die sich im Winkel befinden, sowie die Arteria venus facialis und die Arteria dorsalis nasalis. Schauen wir uns nun die Augenhöhle selber, die knöcherne Augenhöhle, die auch als Orbiter bezeichnet wird an. Die Augenhöhle hat ein Volumen von ca. 30 mm, eine Höhe von 35 mm und eine Breite von ca. 45 mm. Die Augenhöhle ist ca. 40 mm tief und nicht rund oder kugelförmig, sondern pyramidenförmig mit ihrer Spitze hier hinten am Apex. Und die Augenhöhle erfüllt vor allem zwei Funktionen. Einerseits bietet sie einen Schutz für den Augapfel. Das ist auch beispielsweise der Grund, warum hier temporal die Knochen am dicksten sind. Andererseits ist die Augenhöhle mit dem sogenannten intraorbitalen Fett gefüllt, das praktisch als Polsterung für den Augapfel dient. Der Orbiterboden ist der schwächste Teil, also während die laterale Wand der stärkste Teil ist, ist der Orbiterboden der schwächste Teil der Orbiter. Und das ist besonders wichtig zu wissen, denn insbesondere bei Orbiterbodenfrakturen oder auch Blowoutfrakturen bricht dieser Teil ein. Es kann zu Schwellung und Bluterguss kommen. Es können sich Muskeln in dem Knochen verklemmen. Und es kommt oft zu Doppelbildern, Bewegungsschmerzen. Aber die Prognose ist unter der richtigen Therapie für die meisten Patienten eigentlich gut. Die Orbiter besteht aus sieben Schädelknochen. Und diese sieben Schädelknochen sind oft im Rahmen von Prüfungen abgeprüft, weil es sich einfach ergibt zu fragen, welche Schädelknochen sind für den Aufbau des oberen Orbiterrandes verantwortlich. Welche Schädelknochen bilden die mediale Orbiterwand? Und das muss man sich einfach merken. Da gibt es eine Menge Merksprüche. Zusammengefasst besteht der Augenhöhle aus dem Stirnbein, dem Os Frontale, das auch wesentlich das Orbiterdach bildet, dem Os Zygomaticus oder dem Jochbein, das hier temporal wie gesagt der stärkste Knochen der Orbiterwand ist. Und dieses geht direkt über in das Os Maxillare, also den Oberkiefer. Das Os Sphenoidale hat zwei Flügel, einen großen Flügel und einen kleinen Flügel und beinhaltet nicht nur den Canalis Opticus, durch den der Sehnerv in das Auge hineinwandert, sondern auch die obere und untere Fissura Orbitalis. Das Os Ethmoidale ist der dünnste Knochen des Auges und das Os Lacrimale, das Tränenbein bildet auch den Ausgang für die Tränenwege. Zuletzt haben wir noch das Os Palatinum, das Gaumenbein, das hier hinten einen Teil des Orbiterbodens bildet. Auch die Öffnungen der Orbiter sind immer wieder prüfungsrelevant. Dabei wird oft abgefragt, erstens welche Vorrahmen es gibt, aber auch welche Strukturen durch welches Vorrahmen durchtreten. So haben wir das Vorrahmen ethmoidale anterior und posterior, durch die der Nervus ethmoidalis anterior und posterior wandern. Wir haben den Canalis Opticus, der Sehkanal ist durch den der Nervus Opticus, also der Sehnerv durchtritt und mit dem Sehnerven wandert auch die Arteria Ophthalmica in die Augenhöhle. Besonders beliebt sind auch Fragen zur Fissura Orbitalis Superior, die die Durchstrittstelle für den Nervus Oculomotorius, den Nervus Trochlearis, den Nervus Ophthalmicus und den Nervus Abducens darstellt. Das Vorrahmen Rotundum, das den Nervus Maxillaris beherbergt und die Fissura Orbitalis Inferior mit dem Nervus Psychomaticus und dem Nervus Infraorbitalis. Aber auch die Vena Infraorbitalis ist hier nicht auf der Folie erwähnt, wandert durch die Fissura Orbitalis Inferior. Dann gibt es noch das Vorrahmen Psychomatico Orbitale und das Vorrahmen Psychomatico Faciale und das schon erwähnte Vorrahmen Infraorbitale. Bei den Suturen werden wir uns nur kurz damit auseinandersetzen. Suturen sind praktisch die Nähte zwischen zwei Kochknochen und die lassen sich meistens oder setzen sich meistens aus den Namen der beiden Knochen zusammen. So ist beispielsweise die Sutura Fronta Psychomatica die Sutur zwischen dem Os Frontalis und dem Os Psychomaticus. Kommen wir nun zum Tränenapparat oder auch zum Apparatus Lacrymalis. Der Tränenapparat besteht aus der Tränendrüse, der Glandula Lacrymalis, die für die Produktion des Tränenfilms verantwortlich ist, der durch den Lidschlag dann, also der Tränenfilm wird durch den Glidschlag über das gesamte Auge verteilt, bevor über das Punktum Lacrymalis, entweder das superiore Punktum Lacrymalis oder das inferre Punktum Lacrymalis in den Tränenkanal, in den Canicolis, Canalicolis wandert, in den Tränensack, in den Saccus Lacrymalis kommt und von dort über den Tränennasengang, über den Ductus Naso Lacrymalis in die Nase wandert und dort abtransportiert wird. Eine weitere Art Nexa des Auges ist das Palpebrum oder das Lid, das zwei wesentliche Funktionen erfüllt. Einerseits eine Schutzfunktion durch den Lidreflex und andererseits für die Befeuchtung des Auges verantwortlich ist. Das Augenlid kann in zwei Teile in ein äußeres und ein inneres Lidblatt unterteilt werden, wobei das Außenblatt aus der Lidhaut besteht. Die Lidhaut beinhält verschiedene Schweißdrüsen, aber auch im Bereich der Träzillien, die Glandule Sebaceaea, die Zeistdrüsen und die Glandule Ciliaris, die Molldrüsen, die ebenfalls an der Produktion des Tränenfilms beteiligt sind. Und es gibt auch Muskeln im vorderen Teil des Lides, das ist einerseits der Musculus Orbicularis und andererseits der Musculus Levator Palpebrae Superior, der nur im Oberlid vorhanden ist und für eine Hebung des Oberlids verantwortlich ist. Das innere Blatt des Augenlides besteht aus der Lidplatte, dem Tarsus. Der Tarsus ist ein Knorpel gefüllt mit den Glandule Tarsalis mit den Maibumdrüsen, die ebenfalls an der Produktion des Tränenfilms beteiligt sind. Auch hier haben wir wieder glatte Muskulatur, die Müllermuskulatur, die sich aus dem Musculus Tarsalis Superior und dem Musculus Tarsalis Inferior zusammensetzt. Die Müllermuskulatur wird innerviert durch den Sympathikus und das ist beispielsweise der Grund, weshalb bei bestehender Facialis, äh nicht Facialis, das ist beispielsweise der Grund, warum beim Horner-Syndrom, bei dem es zu einer Störung der Innervation durch den Sympathikus kommt. Das ist also jetzt der Grund, weshalb es bei einem Horner-Syndrom zu einer Dose, zu einer fehlenden Lidhebung kommt und zwar einer Dose des oberen und des unteren Lides. Und der innerste Teil ist die Lidhaut, die Konjunktiva Tarsi. Und zu guter Letzt haben wir noch die Lidbindehaut, die Konjunktiva Tarsi, die auf der Innenseite des Lides, die auf der Innenseite des Lides auskleidet. Hier haben wir noch einmal alle relevanten Muskeln, die in dem vorderen Abschnitt des Auges und der Orbiter vorkommen. Den Musculus Frontalis, den Musculus Levator Palpebrae Superior, den schon erwähnten Musculus Orbicularis, den Musculus Rectus Superior, einen der geraden Augenmuskeln, der hier oben an dem Augapfel ansetzt, den Musculus Tarsalis Superior und Inferior und den Musculus Rectus Inferior, der hier unten am Augapfel ansetzt. Sonstige relevante Strukturen, die wir hier im Querschnitt noch einmal sehen, ist beispielsweise das Septum Orbitale, das hier den vorderen Abschnitt der Augenhöhle vom hinteren Abschnitt trennt. Und hier hinter dem Septum Orbitale haben wir das Präaponeurotische Fett und das Orbitale Fettgewebe. Hier noch eine Übersicht für alle, die das vielleicht in Ruhe lernen wollen. Einfach das Video pausieren und sich in Ruhe anschauen, welche Strukturen man vielleicht selber erkannt hätte. Kommen wir nun zur Augenmuskulatur und prinzipiell wird die Augenmuskulatur unterteilt in die äußere Augenmuskulatur und die innere Außenmuskulatur. Und wie der Name schon erahnen lässt, setzt die äußere Muskulatur außen am Auge an und die innere Muskulatur im Inneren des Auges. Streng genommen gibt es sieben äußere Augenmuskeln, wobei oft nur von sechs die Rede ist. Der Grund ist, dass der Musculus levator palpebrae superior, der auch hier am Anulus tendineus ansetzt, eigentlich auch einer der äußeren Augenmuskeln ist. Die Augenmuskeln müssen sich rund hunderttausend mal am Tag in Bewegung setzen und ein kleinster Ausfall oder eine kleinste Fehlstörung dieses Systems führt bereits zu dem, was wir als Schielen bezeichnen. Bei Tieren ist es so, dass es noch eine zusätzliche Nickhaut gibt oder eine Plika semilunaris, die nicht wirklich ein Muskel ist, aber die ein drittes Augenlid ist und eine zusätzliche Bindehautfalte im nasalen Bereich darstellt. Die ist aber beim Menschen eben nicht oder bei den meisten Primaten nur rudimentär vorhanden. Zur Entwicklungsgeschichte der Augenmuskeln. Ursprünglich dienten die äußeren Augenmuskeln nicht den gezielten Blickbewegungen der Augen, sondern sie dienten eigentlich der Ruhigstellung der Bilder auf der Netzhaut. Wenn Tiere ihren Kopf oder ihren Körper bewegt haben, hat das zu einem Wackeln des Bildes geführt und die Augenmuskeln haben primär das Ziel gehabt, diese Bewegungen auszugleichen. Erst mit der Ausbildung spezieller Netzhautbereiche, wie der Fovea zentral ist und daraus folgend für die Fixierung von Gegenständen immer zunehmender Bedeutung, dass ein Blick stabil gehalten werden kann, haben sich dann die Augenmuskeln darauf spezialisiert gezielte Blickrichtungen zu machen. In der embryonalen Entwicklung der Augenmuskel ist es so, dass die äußeren Augenmuskeln zusammen mit der tenonschen Kapseln und dem Fettgewebe der Augenhöhle aus dem Mesenchym, also einem embryonalen Bindegewebe entstehen. Und ab dem dritten Embryonalmonat wird die weitere Entwicklung von drei Wachstumszentren ausgesteuert und ihnen jeweils ein Nerv zugeordnet. Und erst dadurch entsteht später die Nervenversorgung der Augenmuskeln durch die drei Hirnnerven, die wir gleich sehen werden. Die äußeren Augenmuskeln kann man weiter unterscheiden und zwar in die geraden Augenmuskeln, das sind hier jetzt die Nummern 1 bis 4 und die schrägen Augenmuskeln 5 und 6. Und die kann man sich relativ einfach merken, weil der Musculus Rectus Superiore ist der gerade obere Augenmuskel, der Musculus Rectus Medialis ist der mittlere Augenmuskel gerade, der Musculus Rectus Inferior ist der gerade untere Augenmuskel und der Musculus Rectus Lateralis ist der äußere Augenmuskel. Dann haben wir noch den Musculus Oblicus, das sind die schrägen Muskeln und auch hier gibt es wieder einen superioren und einen inferioren Augenmuskeln. Und wenn wir schon dabei sind, sich das einfach zu merken, die einzige, also mit Ausnahme des Musculus Oblicus Inferior, also der einzige hier, der Musculus Oblicus Inferior ist der einzige von all diesen Augenmuskeln, der nicht seinen Ursprung in der Augenspitze am Anulus Tendineus hat. Und die Augenmuskeln sind im Durchschnitt so circa drei Millimeter dick und sechs bis neun Millimeter breit. Der längste Augenmuskel ist der Musculus Oblicus Superiore oder eigentlich nicht der längste, aber er hat die längste Sehne und die wandert eben hier oben nach vorne und wird dann durch die Trochlea umgeleitet und wieder schräg nach hinten, bevor er dann seinen Ansatz am Auge hat. Hier haben wir noch einmal einen Querschnitt, wo wir alle diese Muskeln sehen. Also wir sehen die geraden Augenmuskeln wandern hier gerade zum Auge und hier sehen wir noch einmal den Musculus Oblicus Superiore, der hier durch die Trochlea wandert und dann schräg am Auge seinen Ansatz findet. Und der Musculus Oblicus Inferior ist hier ganz klar, der hat seinen Ursprung hier am Orbiterboden. Ganz wichtig für das Verständnis der Muskulatur und auch immer wieder bei Prüfungen beispielsweise abgefragt, ist die Innervation dieser Augenmuskel. Und da gibt es Muskeln wie den Musculus Rectus Lateralis, die nur durch einen Nerven innerviert werden, in dem Fall durch den Nervus Abduzens. Und da ist es dann relativ einfach, wenn dieser Muskel nicht funktioniert, dann wird die Ursache sein, dass die Bewegung des Muskels nicht durchgeführt werden kann und somit der entsprechende Nerv verantwortlich ist. Beim Nervus Trochlearis ist es ähnlich. Der innerviert auch nur einen Muskel und zwar den Musculus Oblicus Superior. Da ist die Bewegung etwas komplexer, wie wir später sehen werden. Und die restlichen Muskeln werden durch den Nervus Oculomotorius innerviert. Was lernen wir? Die Augenbewegungen sind höchst komplex. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Steuerungsmodi, mit denen die Augen bewegt werden kann. Es gibt die konjugierten Augenbewegungen, bei der beide Augen um denselben Winkel bewegt werden. Und dann gibt es die diskonjugierten Augenbewegungen, bei denen beide Augenwinkeln zwar um den gleichen Winkel Menschen bewegt werden, aber in entgegengesetzte Richtungen. Beispielsweise, wenn wir auf etwas in der Nähe fokussieren. Und da gibt es zwei Gesetze, die noch wichtig sind. Und zwar gibt es einmal das Scherington-Gesetz und das Heringsche-Gesetz. Und das Scherington-Gesetz betrifft die Innovation eines Auges und das sagt, dass die Innovation eines des Antagonisten in dem Maße nachlässt, in dem die des Agonisten zunimmt. Also einfach gesagt bedeutet das, wenn wir ein Auge haben und dann haben wir zwei Muskeln und in dem Fall der Musculus Rectus Lateralis und der Rectus Medialis sind ja Gegenspieler. Also Agonist und Antagonist. Und wenn jetzt einer von beiden kontrahiert, also wenn jetzt beispielsweise der Rectus Lateralis kontrahiert und das Auge nach außen bewegen will, dann macht es natürlich Sinn, wenn der Rectus Medialis auf der anderen Seite nachlässt. Also das Scherington-Gesetz sagt eigentlich nur, wenn ich das Auge in eine Richtung bewegen will, muss ein Muskel kontrahieren und der Gegengesetzte entspannen, damit eben die Bewegung möglich ist. Und das Heringsche-Gesetz. Das sagt, dass beide Agonisten oder beziehungsweise beide Antagonisten in gleicher Weise innerviert werden. Das bezieht sich jetzt darauf, wenn wir zwei Augen haben, also ein rechtes und ein linkes Auge, dann werden natürlich auf dem rechten Auge der Muskel, der Rectus Lateralis beispielsweise für den Blick nach außen aktiviert, aber auf dem linken muss natürlich der Rectus Medialis, der das Auge nach innen bewegt, aktiviert werden. Aber das wird vielleicht später klarer, wenn wir dann uns ein bisschen mehr mit der Oculomotorik auseinandersetzen. Nun wollen wir kurz der Reihe nach die einzelnen Muskeln durchgehen. Der Musculus Rectus Superior ist ja auch der obere, gerade Augenmuskel, der bei Tieren auch als Musculus Rectus Dorsalis bezeichnet wird und früher den Namen Musculus Religiosus oder Musculus Admirator hatte, was so viel wie der Bewunderer heißt. Den Ursprung haben wir schon gelernt, alle äußeren Augenmuskeln bis auf den Obliquus Infero ersetzen am Anulus Tendineus communis unterhalb des Musculus Levator an. Der Ansatz ist schräg zum Saum der Netzhaut, zum Limbus hin, leicht gebogen, etwa zwei Drittel lateral des vertikalen mit der Meridians liegend. Innervation erfolgt durch den Nervus Oculomotorius. Und es ist so, dass jeder Muskel verschiedene Bewegungen macht. Also der Musculus Rectus Superior macht nicht nur eine Hebung des Auges, also nicht nur eine Elevation, sondern er kann auch zu einer Adduktion, also zu einem Bewegen zur Nase hin und zu einem Rollen des Auges nach innen führen. Das heißt insgesamt hat er eine Bewegung nach schräg oben. Und warum ist das so? Wieso hat er nicht nur eine Funktion? Der Grund ist eben, dass das Auge in dieser pyramidenförmigen Orbiter liegt. Und dieser pyramidenförmige Orbiter ist nicht ganz gerade nach vorne gerichtet, sondern leicht schräg nach außen. Und das bedeutet, wenn jetzt unser Auge beispielsweise leicht abduziert, also leicht nach außen blickt, dann kann der Musculus Rectus Superior, wenn er kontrahiert, das Auge nach oben ziehen und ist für eine Hebung verantwortlich. Das ist am stärksten, wenn das Auge ca. 23 Grad nach außen blickt. Wenn jetzt aber das Auge nach innen, also hier ist ja die Nase, wenn das Auge nach innen blickt, dann hebt der Musculus Rectus Superior das Auge nicht, sondern dann führt er eigentlich zu einer Rollung des Auges nach innen, also zu einer Inzyklorotation. Und das ist der gleiche Grund, warum der Musculus Rectus auch zu einer Adduktion führt. Weil eben nicht wie hier abgebildet der Ansatz genau in der Mitte des Augeapfels ist, sondern leicht hier und dadurch zieht er das Auge auch nach innen. Ein sehr ähnliches Pendant zum Musculus Rectus Superior ist der Musculus Rectus Inferior. Der Musculus Rectus Inferior wird auch als unterer, gerader Augenmuskel bezeichnet. Bei Tieren wird er auch Musculus Rectus genannt oder Musculus Capucinorum, weil er eben die Augen demütig niederschlägt. Auch sein Ursprung ist im Andulus Tendineus communis. Er hat den Ansatz am unteren, an der unteren Augapfelfläche vor dem Äquator und wie beim Musculus Rectus Superior ist auch sein Ansatz gegenüber dem vertikalen Meridian zur Seite verschoben und seitlich am weitesten vom Limbus entfernt. Auch der Musculus Rectus Inferior wird durch den Nervus Oculomotorius innerviert und hat die wesentliche Funktion der Depression des Auges, aber ist auch an der Adduktion und an der Extorsion beteiligt. Der Musculus Rectus Lateralis wird auch als innerer gerade Augenmuskel bezeichnet und hat seinen Ursprung ebenfalls am Anulus Tendineus communis. Er wird durch den Nervus Abduzens innerviert und ist eben für die Abduktion des Auges verantwortlich. Im Unterschied dazu der Musculus Rectus Medialis ist der innere gerade Augenmuskel, wurde früher auch als Musculus Bibitorius oder der besoffene Augenmuskel bezeichnet, hat seinen Ursprung ebenfalls am Andulus Tendineus communis und wird ebenfalls durch den Nervus Oculomotorius innerviert. Seine Hauptfunktion ist die Bewegung des Auges nach innen. Aber bei Hebung des Auges oder bei Senkung des Auges kann er auch eine leicht andere Funktion haben. Kommen wir nun zu den schrägen Muskeln. Der Musculus Oblicus Superior ist der obere schräge Muskel und wurde früher auch Musculus Patheticus genannt. Hat wie wir jetzt schon wissen, wie alle geraden Augenmuskeln, außer den, den wir als nächstes besprechen werden, den Ursprung am Anulus Tendineus. Er verläuft an der oberen nasenseitigen Wand der Augenhöhle nach vorne und geht dann circa nach etwa 30 Millimeter in eine Sehne über und diese Sehne wird durch einen Rollknorpel, eben die Trochlea, in einem Spitzenwinkel wieder nach hinten zurück umgelenkt, nach hinten außen und zieht dann unter dem oberen geraden Augenmuskel hindurch, bevor er seitlich oben am äußeren hinteren Quadranten des Augapfels ansetzt. Und aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur oberen äußeren Vortexvene muss man bei chirurgischen Eingriffen besonders in diesem Gebiet darauf achten, dass es nicht zu Gefäßverletzungen kommt. Inerviert wird der Musculus Oblicus Superior durch den Nervus Trochlearis und seine Hauptfunktion ist die Senkung des Auges mit einer Rollung des Auges nach innen, aber auch an der Abduktion kann der Musculus Oblicus Superior beteiligt sein. Und dann gibt es noch den Musculus Oblicus Inferior oder auch den unteren schrägen Augenmuskel, der auch als Musculus Amatorii bezeichnet wird, der Muskel der Verliebten. Und der Muskel der Verliebten ist der einzige Muskel, der seinen Ursprung nicht am Anulus Tendineus hat, sondern am Tränenbein, am Os Lacrimale, im unteren nasenseitigen Bereich der Orbiter. Und seinen Ansatz hat er am unteren äußeren hinteren Kadranten der Sklera. Inerviert wird der Musculus Oblicus Inferior ebenfalls durch den Nervus Oculomotorius und seine Hauptfunktion ist die Rollung des Auges nach außen. Und wie beim Musculus Oblicus Superior ist auch beim Musculus Oblicus Inferior zu beachten, dass er eine Nähe zur unteren Vortexvene besitzt und in unmittelbarer Nähe und deswegen bei chirurgischen Eingriffen besondere Vorsicht geboten ist, damit es dort nicht zu Verletzungen oder Blutungen kommt. Wie ist die Blutversorgung der äußeren Augenmuskeln? Im Wesentlichen ist es so, dass die Augenmuskeln die äußeren von Ästen der Arteria Ophthalmica versorgt werden. Entweder unmittelbar durch die Rami Musculares, zum Beispiel im Bereich des Musculus Rectus Lateralis oder mittelbar durch die Arteria Lacrimalis, das ist ein Hauptast der Arteria Ophthalmica, die zusätzlich eben durch die Arteria Infraorbitalis den Musculus Rectus Inferior oder Musculus Oblicus Inferior versorgt. Generell ist es so, dass die meisten geraden Augenmuskeln zwei Gefäße besitzen. Der einzige gerade Augenmuskel, der nur durch ein einziges Gefäß versorgt wird, ist der Musculus Rectus Lateralis und die Anzahl und Anordnung dieser Arterien kann aber variieren. Der venöse Abfluss erfolgt durch die Vena Ophthalmica, die im hinteren Teil der Augenhöhe als Vena Ophthalmica Inferior durch die Fissura Orbitalis Inferior wandert oder als Vena Ophthalmica Superior durch die Fissura Orbitalis Superior verläuft und dann in den Sinus Cavernosos mündet. Wenn wir uns jetzt nicht die Muskeln individualisiert anschauen und welche Bewegung jeder Muskel für sich macht, sondern anschaut, welche Bewegung welche Muskeln benötigt, dann sehen wir, dass für die Hebung des Auges einerseits der gerade obere Muskel, der Musculus Rectus Superior verantwortlich ist und andererseits der Musculus Oblicus Inferior. An der Adduktion des Auges ist vor allem der Musculus Rectus Medialis beteiligt, aber auch der gerade obere und untere Muskel sowie der Musculus Oblicus Inferior sind an der Adduktion beteiligt. Die Rollung des Auges nach innen ist eben abhängig von der Blickrichtung des Auges und wird durch den Musculus Rectus Superior und durch den Musculus Oblicus Superior verursacht. Die Senkung des Auges erfolgt hauptsächlich durch den Musculus Rectus Inferior und den Musculus Oblicus Superior. Die Abduktion, also das Bewegen des Auges nach außen erfolgt durch den Musculus Oblicus Rectus Lateralis, durch den Musculus Oblicus Superior und durch den Musculus Oblicus Inferior. Und die Rollung des Auges nach außen erfolgt im Wesentlichen durch den Musculus Oblicus Inferior, aber auch zu Teilen durch den Musculus Rectus Inferior. Jetzt gibt es noch einen geraden Augenmuskel, noch einen äußeren Augenmuskel, den Musculus Levator Palpebrae Superiores, der zwar nicht direkt an der Bewegung des Auges beteiligt ist, aber eben als oberer Lidheber verantwortlich ist für die Hebung des Augenlides. Er hat seinen Ursprung auch am Anulus Tendinosus in der Nähe des kleinen Keilballflügels oberhalb des Vorrahmens Optikums und seinen Ansatz, der endet eben in einer ausgedehnten Aporneurose, der sogenannten Levator Aporneurose, die sich in drei Lamellen aufteilt, in eine obere Lamelle, die in das Septum Orbitale einstrahlt, in einer mittleren Lamelle, die am oberen Rand der Lidplatte des Tasos endet und einer unteren Lamelle, die an der oberen Umschlangfalte am Fornix Konjunktiva ansetzt. Innerviert wird der Musculus Levator Palpebrae Superiores durch den Ramos Superior des Nervus Oculomotorius und wie wir schon gehört haben, ist er wesentlich an der Hebung des Oberlids beteiligt. Bei einem Funktionsverlust kommt es zu einer sogenannten Ptose oder einem Herabhängen des Oberlids und dabei ist auch die Bewegung des Auges oder des Oberlids meistens bei vertikalen Blickbewegungen eingeschränkt. Es gibt dann noch ein paar spezielle Syndrome, wie beispielsweise das Markus-Gann-Syndrom. Das ist eigentlich eine Synchinese, also eine Bewegungsstörung, bei der die Ursache eine Fehlinervation ist, bei der nicht korrekt durch den Nervus Oculomotorius innerviert wird, sondern durch Teile des Nervus Mandibularis und dieser innerviert auch den Musculus Pterigoideus Lateralis und das heißt, wenn Patienten ein Markus-Gann-Syndrom haben, dann besteht eine Fehlinervation, das heißt, das wird nicht durch den Nervus Oculomotorius innerviert, sondern durch den Nervus Mandibularis und das heißt, wenn dann der Kiefer bewegt wird, also bei Unterkieferbewegungen, kommt es dann auch zu unwillkürlichen Bewegungen des Augenlides. Kurz wollen wir uns noch mit der Überprüfung der Oculomotorik auseinandersetzen, also eine Überprüfung der Augenbewegungen. Dabei ist vor allem eine Sache wichtig zu verstehen, nämlich dass man anatomische Bewegungen von den sogenannten Kardinalbewegungen unterscheiden können muss. Anatomische Bewegungen sind praktisch die Bewegungen, in die ein Muskel ein Auge bewegt, also alles, was wir bisher besprochen haben, sind die anatomischen Bewegungen. Die Kardinalbewegungen sind jetzt aber die Bewegungen, die ich den Patienten machen lasse, wenn ich überprüfen will, welcher Muskel denn das Problem ist, weil wir haben ja gesehen, dass an den verschiedenen Bewegungen eine Vielzahl an Muskeln beteiligt ist. Schauen wir uns das anhand eines Beispiels an, also wir haben gelernt, der Musculus Rectus Superior kann das Auge heben, er kann das Auge adduzieren und er kann das Auge nach innen rollen. Und wir haben diese Bewegung mit einem Pfeil nach schräg oben, nasal, angedeutet. Wenn ich aber jetzt die Oculomotorik, also die Augenbewegungen überprüfe, dann muss ich zur isolierten Überprüfung einzelner Muskeln den Patienten auffordern, nach temporal außen zu blicken. Warum ist das so? Weil bei der Bewegung nach außen, wie wir schon gelernt haben, also wenn das Auge leicht abduziert ist, dann hat der Musculus Rectus Superior fast alleine die Aufgabe, das Auge zu heben. Und wenn es beim Blick nach außen, genau genommen um 23 Grad, nicht möglich ist, das Auge zu heben, dann ist vermutlich der Musculus Rectus Superior die Ursache. Und analog kann man sich das Schritt für Schritt für alle Augenmuskeln durchdenken. Bei manchen ist das ganz einfach, nämlich beim Musculus Rectus Lateralis ist es immer noch die Bewegung nach außen, die der Muskel hauptsächlich durchführt. Aber bei anderen Bewegungen, wie wir gerade gesehen haben, für den geraden Augenmuskel, den oberen, beispielsweise für den Musculus Rectus Superior, bedeutet das ein Blick nach oben außen etc. Hier noch einmal zusammengefasst, die Kardinalbewegungen in diesem Fall und den jeweiligen Muskel und den jeweiligen Nerven, der damit assoziiert ist. Weil meistens, wenn wir solche Überprüfungen durchführen, wollen wir eigentlich Rückschlüsse darauf führen, welcher Nerv denn die Ursache ist. Wie erfolgt also nun so eine Überprüfung der Okulomotorik? Der Patient wird also zunächst aufgefordert, gerade auszuschauen auf einen speziellen Fixierpunkt. Und dieser Fixierpunkt wird dann zuerst in eine Richtung bewegt. Und wenn es möglich ist, beide Augen mit zu bewegen, dann können wir hier schon Rückschlüsse führen, nämlich dass hier das rechte Auge des Patienten den Musculus Rectus Medialis korrekt bewegen kann. Aber auch das linke Auge, den habe ich jetzt glaube ich falsch gesagt, den Musculus Rectus Lateralis natürlich korrekt bewegen kann. Und auch hier am linken Auge der Musculus Rectus Medialis adäquat funktioniert. Aus dieser Position lasse ich den Patienten dann einmal nach oben blicken und kann praktisch gleich die Funktion des Musculus Rectus Superior auf dem rechten und die Funktion des Musculus Oblicus Inferior auf dem linken Auge überprüfen. Und wenn ich den Patienten anschließend nach unten blicken lasse, kann ich hier den Musculus Rectus Inferior und hier den Musculus Oblicus Superior mit evaluieren. Anschließend wiederhole ich das Ganze, lasse den Patienten auf die andere Seite blicken, ebenfalls nach oben, ebenfalls nach unten und dann auch noch aus zentraler Position das Gleiche. Außerdem kann es vorkommen, dass Patienten sich mit einer typischen Folge von einem Nervenausfall präsentieren. Hier ganz klassisch, was stellen wir fest? Wir stellen fest eine Lidsenkung, eine Ptose, eine weite Pupille und eine Fehlstellung des Auges. Das Auge ist in diesem Fall nach außen unten fehlgerichtet und der Grund dafür ist nicht, dass diese Muskeln, die das Auge nach außen unten bewegen, übermäßig stark funktionieren, sondern der Grund dafür ist, dass der Nervus Oculomotorius ausgefallen ist. Das heißt, der Nervus Oculomotorius ist verantwortlich für den Musculus Rectus Medialis, der das Auge hier nach medial bewegt, für den Musculus Rectus Superorder, das Auge nach oben bewegt und somit kommt es zu einem Ungleichgewicht der Kräfte und das Auge wandert zunehmend mehr nach außen. Außerdem innerviert der Musculus Oculomotorius den Levator, also den Lidheber und wenn der Nervus Oculomotorius ausgefallen ist, dann kann das Lid nicht mehr gehoben werden und der Nervus Oculomotorius ist auch für die Muskulatur im Inneren des Auges verantwortlich, zum Beispiel für den Musculus Finkter Pupille und wenn der nicht adäquat funktioniert, dann kommt es zu einer weiten Pupille. Also wir haben hier das ganz klassische Bild einer Oculomotorius Parese und da kann man unterscheiden zwischen einer inneren Oculomotorius Parese ohne Beteiligung der äußeren Augenmuskeln oder einer äußeren Oculomotorius Parese, so wie wir das hier sehen. Ein weiteres ganz klassisches Bild ist dieses hier in dem Fall ausgelöst durch eine Läsion des Nervus Trochlearis, also eine Trochlearis Parese des vierten Gehirnnerven. Wir wissen jetzt mittlerweile der Nervus Trochlearis innerviert den Musculus Oblicus Superior und der Musculus Oblicus Superior führt zu einer Rollung des Auges, aber auch zu einer Senkung und einer Abduktion und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kommt es zu einem Ungleichgewicht und das Auge wandert nach innen und oben. Und auch das letzte Bild sollte jetzt hoffentlich ganz klar sein. In dem Fall handelt es sich um eine Abduzenzparese, also der Nervus Abduzenz innerviert den Musculus Rectus Lateralis, den äußeren geraden Augenmuskel und da der äußere gerade Augenmuskel nicht funktioniert, wandert das Auge zunehmend nach innen. So, verlassen wir nun das vielleicht etwas komplexe Gebiet der Augenmuskeln und begeben wir uns nun, eines haben wir noch vergessen, zu den inneren Augenmuskeln. Generell unterscheiden wir zwischen den Muskeln der Iris, dem Musculus Sphinkterpupille, der für eine Verengung der Pupille und dem Musculus Dilatorpupille, der für eine Erweiterung der Pupille ist, die beide für die Adaptation verantwortlich sind, also die regulieren wie viel Licht in das Auge einfällt. Die unterscheiden wir eben vom Musculus Ciliaris, dem Ciliarmuskel, der für die Akkommodation, also für die Anpassung der menschlichen Linse verantwortlich ist. Und der Musculus Ciliaris kann noch weiter unterteilt werden in die Fibre Meridonalis, die auch als Brückemuskeln bezeichnet werden, die Fibre Radialis und die Fibre Circularis, die auch als Müllermuskeln bezeichnet werden. Müllermuskeln ist ein Begriff, den wir bereits einmal gehört haben für die Musculi Tarsalis, also Müllermuskeln, gibt es keine einheitliche Verwendung in der Literatur. Hier sehen wir noch einmal die inneren Augenmuskeln. Der Iris dargestellt für ein besseres Verständnis, also der Musculus Sphinx der Pupille ist ein ringförmiger Muskel und wenn er kontrahiert, kommt es zu einer Engstellung der Pupille und der Musculus Dilatorpupille hat radier verlaufende Muskelfasern, die zu einer Mydriasis führen. Der Musculus Dilatorpupille wird dabei sympathisch innerviert, während der Musculus Sphinx der Pupille über parasympathische Fasern und dem Nervus Oculomotorius innerviert wird. Die Hauptaufgabe ist, wie wir eben schon gehört haben, die Anpassung an unterschiedliche Helligkeiten. Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt wollen wir uns noch mit dem Aufbau des Augapfels, des sogenannten Bulbus Oculi, auseinandersetzen. Prinzipiell gibt es hier verschiedene Strukturen. Wir haben außen die Bindehaut oder auch Konjunktiva, wir haben die Hornhaut oder Kornea, die Sklera, die Lederhaut, die unserem Auge Struktur gibt. Die Iris, die eben für die Adaptation, wie wir gerade verantwortlich ist, gehört haben, die auch die Farbe unseres Auges ausmacht. Die Pupille, die das Loch ist, der schwarze Punkt, den wir von außen sehen. Eigentlich ist es hier nicht schwarz, sondern wir sehen einfach nur, dass das Augeninnere eine dunkle Höhle ist und weil da drinnen kein Licht ist, wirkt es dunkel oder schwarz. Wir haben die Linse, die Lenskristalline, die für die Brechung der einfallenden Lichtstrahlen verantwortlich ist. Den Glaskörper, der vor allem in der Entwicklung des Auges dafür verantwortlich ist, dass alles adäquat wachsen kann, der zu 98 Prozent aus Wasser besteht. Wir haben die Aderhaut, die hier in der Mitte für die Durchblutung der Netzhaut verantwortlich ist. Die Netzhaut selber mit der Stelle des schärfsten Sehens oder der Makula lutea, dem gelben Fleck und schließlich den Sehnerven, der alle einfallenden Lichtreize verarbeitet und an das Gehirn weiterleitet. Ein paar Fakten zum Augapfel. Der Augapfel hat ca. ein Gewicht von 7 Gramm mit einer durchschnittlichen Länge von ca. 24,5 Millimeter und einem Umfang von 75 Millimetern. Damit ist er etwa so groß und schwer wie eine 50-Cent-Münze für alle, die sich unter diesen Zahlen nichts vorstellen können und er hat ein Volumen von ca. 6,5 Kubik Millimetern. Die Binderhaut, die zwar vorne am Augapfel ansetzt mit dem Pas-Konjunktiva Bulbi, geht eigentlich dann hier in den Fornix über, das ist also die Konjunktiva Fornicis und bildet dann die, wie wir schon gehört haben, Innenseite des Augenlides der Konjunktiva Tarsi. Und wir sehen, die Binderhaut bildet hier eine Tasche. Das heißt, es ist nicht möglich, dass Kontaktlinsen oder Fremdkörper, wenn wir beispielsweise Sand oder irgendwelche anderen Schmutzpartikel in die Augen bekommen, ist es nicht möglich, dass diese hinter das Auge wandern. Und der Grund dafür ist eben die Binderhaut, die hier praktisch mit dem Fornix eine Tasche bildet, wo sich diese Fremdkörper ansammeln. Also es ist durchaus möglich, dass eine Kontaktlinse mal verrutscht und hier oben in einen Bereich wandert, wo sie nicht selber entfernt werden kann und die der Augenarzt dann entfernen muss. Aber es ist nicht so, dass die Kontaktlinse hinter das Auge rutschen kann. Das Auge selber kann man in unterschiedliche Augenhüllen in sogenannte Tunica Oculi unterteilen. Prinzipiell gibt es hier drei. Einmal in rot dargestellt die Tunica Fibrosa, die aus der Hornhaut und der Lederhaut besteht. Die Tunica Vaskulosa, die auch als Uwea bekannt ist, die aus Iris, Ciliarkörper und Aderhaut besteht. Und die Tunica Interna, die aus Netzhaut besteht, aber nicht nur aus der Netzhaut, dem Pars Optica der Netzhaut, der den meisten bekannt ist, sondern auch aus dem Pars Kekeretina, dem Pars Ciliaris und dem Pars Iridica hier innen praktisch bedeckt und eine ganz dünne Schicht darstellt. Kommen wir also nun zur Hornhaut, die auch als Kornea bezeichnet wird. Die Hornhaut hat eine durchschnittliche Brechkraft von ca. 43 Dioptrien und einen Durchmesser von etwa 11 Millimetern. Die Hornhaut ist im Zentrum des Auges, also hier sehen wir noch einmal die Hornhaut, etwas dünner als in der Peripherie und hat eine Dicke von ca. 550 Mikrometern. Das ist nur ein halber Millimeter. Und eine Besonderheit der Hornhaut ist, dass sie nicht vaskularisiert ist. Also sie ist sehr stark innerviert, sie hat sehr viele Nervenfasern, aber sie ist nicht vaskularisiert. Und der Grund ist, dass die Hornhaut ja eben transparent sein muss. Und wenn sie viele Gefäße hätte, könnte diese Transparenz nicht gewährleistet sein. Und warum ist das relevant? Es ist vor allem immunologisch relevant, wenn wir beispielsweise eine Hornhauttransplantation durchführen, dann müssen wir nicht Rücksicht auf eine immunologisch bedingte Abstoßungsreaktion legen. Also es kann natürlich zu immunologischen Abstoßungsreaktionen kommen, aber die Spender für Hornhauttransplantationen müssen nicht gematcht sein. Und an dieser Stelle vielleicht eine kleine Aufklärung. Es stimmt nicht, was man immer wieder hört, dass Hornhäute von Haifischen für Hornhauttransplantationen genützt werden. Also generell ist ja so, dass menschliche Hornhäute verwendet werden für Hornhauttransplantationen und es noch nicht wirklich zu Xenotransplantationen gekommen ist. Ich glaube, ein Patient hat bereits eine Schweinehornhaut bekommen und das ist auch das Tier, von dem wir am ehesten unsere Hornhaut bekommen würden, nämlich ein Schwein rum, weil die Hornhaut eines Schweins der menschlichen sehr ähnlich ist. Wie kann die Hornhaut ihre Transparenz gewährleisten? Hierfür ist die regelmäßige ultrastrukturelle Anordnung ihrer Proteinbestandteile, also der Kollagene und Proteinglykane in ihrem Inneren verantwortlich, in Kombination mit dem streng definierten Wassergehalt. Also wenn es zu Störungen des Wassergehalts der Hornhaut kommt, zum Beispiel in Folge eines Augendrucks die Hornhaut anquillt, dann kommt es zu einem Verlust dieser regelmäßigen Anordnung und wenn diese regelmäßige Anordnung der Proteinbestandteile in der Hornhaut nicht mehr gewährleistet ist, dann kommt es auch zu einer Trübung. Der Stoffwechsel, also die Ernährung der Hornhaut, erfolgt in den äußeren Schichten der Hornhaut durch den Tränenfilm und die Tränenflüssigkeit und in den inneren Schichten durch das Kammerwasser und das Randschlingennetz. Der Metabolismus ist hauptsächlich durch Glucose, die aus dem Kammerwasser stammt und Sauerstoff aus dem Tränenfilm getrieben. Und wie wir schon gehört haben, ein weiterer Random Fact ist, dass die Hornhaut und die Linse die einzigen Gewebe in unserem Körper sind, die ohne eigene Gefäßversorgung überleben können. Und ohne Sauerstoff in der Atmosphäre könnte die Hornhaut nicht überleben. Das heißt, wenn wir beispielsweise im freien All unterwegs wären, wo kein Sauerstoff in unserer Umgebung ist, dann würde unsere Hornhaut im All nicht sehr lange überleben. Und wenn es zu Verletzungen des Randschlingennetzwerks kommt, was ist das Randschlingennetzwerk? Das sind Gefäße hier im Bereich des Limbus, also am Übergang von Bindehaut und Sklera zu Hornhaut. Und wenn es dort zu Verletzungen kommt, dann kommt es auch zu einer fehlenden Ernährung und einer fehlenden Funktionsdüchtigkeit der Hornhaut und das kann beispielsweise durch Verätzungen entstehen. In der Nacht ist es außerdem so, dass weniger Tränenflüssigkeit gebildet wird. Und wenn weniger Tränenflüssigkeit gebildet wird und auch die Augen geschlossen sind, dann kommt ebenfalls weniger Sauerstoff durch unsere Umgebung an unsere Hornhaut. Und das erklärt auch, warum bei vielen Hornhauterkrankungen die Beschwerden in der Früh stärker sind als dann im Laufe des Tages und am Abend. Und das ist auch bei Hornhautquellungen, also bei Fuchs-Endothel-Dystophie Beispiel der Fall. Und der Grund, warum eine Hornhauttrübung als unsicheres Todeszeichen nach etwa 24 Stunden gilt, ist eben auch, dass das Endothel, also die zählen hier auf der Innenseite der Hornhaut, wenn sie nicht mehr funktionieren, nicht mehr adäquat Flüssigkeit aus der Hornhaut hinaus pumpen können. Und wenn sie das nicht können, dann wird diese reguläre Struktur, die Transparenz aufgehoben und die Hornhaut trübt ein. Die Hornhaut selber besteht aus sechs Schichten und das ist auf dieser Folie eigentlich nicht richtig dargestellt. Der Tränenfilm selber liegt zwar auf der Hornhaut auf, ist aber nicht wirklich eine Schicht der Hornhaut. Die erste und äußerste Schicht der Hornhaut ist das sogenannte Epithel. Das ist ein mehrschichtiges Plattenepithel, das auf der Baumann-Membran, der Lamina Limitans anterior, aufliegt. Die Substantia Propria macht ca. 90% der Hornhautdicke auf und enthält eben die Kollagen- und Proteinbestandteile der Hornhaut. Und die Schicht, die eben die sechste und neueste Schicht der Hornhaut ist, ist erst 2013 entdeckt worden von Herrn Dr. Dua. Deswegen wird sie auch als Dua-Layer oder Prä-Descement-Membran bezeichnet, ist eine dünne Membran hier vor der Descement-Membran, die auch als Lamina Limitans posterior bezeichnet wird. Und auf der Innenseite haben wir dann das Endothel. Und damit Sie sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen können, und dann habe ich Ihnen hier ein Bild mitgebracht, wie das im Rahmen der Untersuchung beispielsweise durch einen Augenarzt aussieht. Wir haben hier ein Mikroskopbild, das ist alles sehr dunkel. Wir sehen hier die Zilien. Wir sehen hier ein bisschen das Weiße vom Auge, Sklera und Bindehaut. Und hier haben wir eben unsere Hornhaut. Und wenn ich jetzt einen dünnen Lichtstrahl im Rahmen meiner Spaltlampenuntersuchung vielleicht von schräg auf das Auge einfallen lasse, dann sehe ich hier praktisch die verschiedenen Schichten der Hornhaut. Also hier sehe ich die Oberfläche der Hornhaut, dann sehe ich hier das Droma der Hornhaut und dann die Innenseite der Hornhaut. Das heißt, wir können sehr genau mit verschiedenen Techniken im Rahmen der Untersuchung wirklich auch die einzelnen Schichten der Hornhaut am lebenden Menschen bereits beurteilen. Auf der Hornhaut auf liegt der Tränenfilm, wie wir schon gehört haben. Der Tränenfilm hat drei verschiedene Phasen. Die Lipidphase ist die äußerste Phase, die praktisch verhindert, dass der Tränenfilm schnell verdunstet. Wir haben die wässrige Schicht, die den Größteil des Tränenfilms ausmacht. Und wir haben die Muzinschicht, die das Anhaften des Tränenfilms auf der Hornhaut verbessern soll. Wo wird dieser Tränenfilm produziert? Eine Vielzahl an Drüsen ist an der Produktion des Tränenfilms beteiligt. Hier jeweils farblich markiert, welche Drüsen welchen Teil produzieren. Die wässrige Phase wird zum größten Teil aus dem orbitalen und palpebralen Teil der Tränendrüse produziert. Aber auch die Krausedrüsen und die Wolfringdrüsen sind an der Produktion der wässrigen Phase des Tränenfilms beteiligt. Die Schleimphase des Tränenfilms wird zum größten Teil durch die Becherzellen, die in der Bindehaut liegen, produziert. Aber auch die Mannsdrüsen und die Händledrüsen sind hieran beteiligt. Und die Fettphase des Tränenfilms wird in den Maibumdrüsen, die sich im Tarsus befinden, sowie in den Moll- und Zeisdrüsen produziert. Die Sklera oder auch Lederhaut macht wie gesagt 5 Sechstel der Oberfläche unseres Auges aus. Ihre Blutversorgung erfolgt durch die Lamina Episcleralis und über ein Venengeflecht, den Plexus Venosus, wird dann der Abfluss gewährleistet. Die Sklera wird oft auch als weiße Augenhaut bezeichnet und ist praktisch der sichtbare Teil der Sklera. Der Sklera ist am Menschen rund dreimal so groß wie bei fast allen anderen Arten an Primaten. Und dadurch kann man relativ gut als Außenstehender erkennen, wohin ein Mensch eigentlich gerade blickt. Ob das irgendwie für die Evolution relevant ist oder ob das einfach nur so entstanden ist, ist nicht ganz klar. Aber durch dieses Phänomen ist die Sklera ein wesentlicher Bestandteil auch der nonverbalen Kommunikation des Menschen geworden. Prinzipiell besteht die Sklera aus der Substantia Propria. Das ist ein Kollagenbindegewebige, gefäßarme Eigenschicht, die durch den Augeninnendruck aufgespannt wird. Der Lamina Episcleralis, die sehr gefäßreich ist und außen liegt dann die Konjunktiva Bulbi auf. Hinten im Bereich des Auges, wo der Sehnerv das Auge verlässt, besteht die Sklera aus der Lamina Skriprosa Sklera. Das ist eine ca. 3,5 mm große Öffnung am hinteren Augenpol, die zum Durchtritt des Sehnervens in das Auge besteht. Die mittlere Augenhaut oder auch Uvea besteht eigentlich aus drei separaten Gebilden. Einerseits der Iris, der Regenbogenhaut, dem Corpus Ciliaris, dem Ciliarkörper und der Aderhaut. Die wollen wir uns jetzt noch ein bisschen im Detail anschauen. Die Iris ist das, was unseren Augen die Farbe gibt. Die häufigste Augenfarbe ist braun. Etwa 90% aller Menschen weltweit haben braune Augen. Hellhäutige Babys kommen oft mit blauen Augen auf die Welt. Das liegt aber daran, dass zum Zeitpunkt der Geburt der Farbstoff Melanin noch fehlt und die Farbe daher vorerst hell erscheint. Und erst im Laufe der ersten Lebensmonate verändert sich dann die Farbe, wenn genug Farbpigmente gebildet sind und das Auge wird braun. Die Iris hat ebenfalls verschiedene Bestandteile. Der Circulus Arteriosus Iridis Minor ist der Gefäßbogen, der das Zentrum der Iris im Bereich des Musculus Sphincter Pupille versorgt. Das Stroma Iridis bildet den größten Teil des Gewebes der Iris, die aber auf der Innen- oder Rückseite ein zweischichtiges pigmentiertes Iris Epithel hat, das im Rahmen der Untersuchung vom Augenarzt gelegentlich gesehen oder auch behandelt wird, beispielsweise im Rahmen von Lasern. Dann gibt es den Angulus Iridocornealis, den Kammerwinkel, den Übergang hier von Iris zu Sklerasporen und zum Kammerwinkel und den Circulus Arteriosus Iridis Major. In der Mitte der Iris, also hier haben wir noch einmal die Iris, den farbigen Teil unseres Auges und in der Mitte der Iris besteht das Seeloch, die Pupille, die für die Adaptation verantwortlich ist und somit eben den Lichteinfall in das Auge reguliert. Damit ist eine Anpassung an plötzlicher Wechsel der Helligkeit in der Umgebung gewährleistet. Und um die Funktionen der Pupille besser zu verstehen, müssen wir unterscheiden zwischen der Miosis, also einer Pupillenverengung, und einer Mydriasis. Für die Miosis, also für die Engstellung der Pupille, gibt es eine Afferenz, das heißt wir haben jetzt hier Licht, was in unser Auge einfällt, von unserer Netzhaut verarbeitet wird und von der Netzhaut über den Sehnerven, den Nervus Opticus und den Traktus Opticus zuerst zum Chiasma und dann hier in den Epithalamus in die prätektalen Nuklei weitergeleitet werden. Das heißt die Afferenz ist die Leitung von der Netzhaut zum Gehirn einfach zusammengefasst. Und die Afferenz stellt dann praktisch den Teil der Weiterleitung dar, der nun darauf reagiert. Also wir hatten eben einen Lichtreiz, der im Rahmen der Afferenz hier an die Nuklei prätektales weitergeleitet wurde. Und die Nuklei prätektales verbinden nun sowohl rechts als auch links zu den Ediga-Westfallkernen. Und das ist auch der Grund, warum wenn ein Auge beleuchtet wird, also wenn ich nur in ein Auge scheine, dann wandert erstens der Lichtreiz zu beiden Seiten, aber wird dann auch an beide Augen weitergeleitet. Das heißt, wenn wir im Rahmen der Pupillenüberprüfung in ein Auge hineinleuchten, dann müssen beide Pupillen sich verengen. Weil nun von den Edinger-Westfallkernen wird der Reiz weitergeleitet mit Fasern, die entlang des Nervus Oculomotorius wandern bis hin zum Ciliarganglion. Und vom Ciliarganglion wird es dann zum Musculus Finkter Pupille weitergeleitet, der eine Verengung der Pupille verursacht. Also das war die Reizleitung der Myose, der Pupillenverengung. Ein bisschen anders schaut es bei der Mydriase aus, also bei der Reizweiterleitung für die Weitstellung der Pupille. Hier stammt das Signal aus dem Hypothalamus, wandert dann entlang des Rückenmarks ins Zentrum Ciliospinale, in der Höhe der Rückenmarksegmente C8 und TH3. Von dort aus wandert es zum Ganglion Cervicale Superiors. Und erst von hier dann bis hin zum Musculus Dilator Pupille und führt zu einer Weitstellung der Pupille. Hier haben wir noch eine zweite Darstellung, wo man das noch einmal genau das gleiche sehen kann. Also der Reiz wird vom Hypothalamus hinunter zum Zentrum Ciliospinale geleitet, wandert hier entlang des präganglionären Neurons zum Ganglion Cervicale Superior und ist hier in relativer Lungennähe. Das ist auch der Grund, warum verschiedene Lungentumore zu einem Ausfall der Mydriase führen können. Und vom Ganglion Cervicale Superior wandert dann das Postganglionäre Neuron weiter eben zum Musculus Dilator Pupille. Der zweite innere Augenmuskel, der von Relevanz ist, ist der Strahlenkörper, der ebenfalls ein Bestandteil der Uvea, der Uvea ist, der Tunica Vaskulosa. Und wenn wir jetzt hier eine Abbildung des Auges haben, dann sehen wir, dass der Ciliarkörper eigentlich ein ringförmiger Muskel rund um das Auge ist, an dem die Linse aufgehängt ist. Und der Ciliarkörper hat zwei wesentliche Aufgaben. Einerseits ist er an der Produktion des Kammerwassers beteiligt und andererseits spielt er eine wesentliche Rolle für die Akkommodation. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier einen Teil der hinteren Augenkammer, der sogenannten Camera Bulbiposter. Wir haben die Linse, die über die Zonula-Fasern an den Fortsätzen des Ciliarkörpers, an den Prozessus Ciliares, aufgehängt ist. Das heißt, die Linse schwebt oder liegt eigentlich, hängt frei, nur durch Zonula-Fasern verbunden mit dem Ciliarkörper. Und wie wir schon gehört haben, hat der Ciliarkörper drei verschiedene Bestandteile. Die Linse kann man lernen, also Ivanovscher Muskel hat einen radianen Verlauf, der Brückemuskel einen meridonealen Verlauf und die Müllermuskulatur einen zirkulären Verlauf. Aber die wesentliche Aufgabe des Ciliarkörpers, der eben hier ringförmig angeordnet ist und die Linse aufhängt, ist die Akkommodation. Normalerweise ist es so, dass dieser Muskel entspannt ist, also der ringförmige Muskel ist entspannt und dadurch, dass der Muskel entspannt ist, sind aber die Zonula-Fasern gespannt. Das heißt, die Linse wird in die Länge gezogen. Das heißt, hier sehen wir praktisch, die Linse, die hier am Ciliarmuskel aufgehängt ist, wird durch den entspannten Zustand des Ciliarkörpers in die Länge gespannt. Und wenn wir nun etwas in der Nähe sehen wollen, dann muss der Ciliarmuskel kontrahieren. Das heißt, der Umfang, der Radius verkleinert sich, der Ringmuskel verkleinert sich und wenn er sich verkleinert, dann sind die Zonula-Fasern, an denen die Linse hängt, nicht mehr gespannt und die Linse ist nicht mehr in die Länge gezogen, sondern kann abrunden. Und eine runde Linse hat eine höhere Brechkraft. Und durch die höhere Brechkraft ist ein Sehen in der Nähe möglich. Also eine lange Reflexkaskade, einfach zusammengesagt, wenn der Ciliarkörper sich anspannt, dann kann die Linse locker werden und entspannen. Und das ist auch der Grund, weshalb viele von diesen immer angebotenen Sehtrainings gar nicht funktionieren können, weil es macht keinen Unterschied, wie sehr ich meinen Ciliarmuskel trainiere. Der kann noch und noch kontrahieren. Die Linse muss sich ja selber abrunden können. Und das Problem, warum das im Alter nicht geht, ist nicht, dass der Muskel an Kraft verliert, sondern das Problem ist, dass die Linse verhärtet. Und dadurch, dass die Linse verhärtet, kann sie sich nicht mehr abrunden und ihre Brechkraft erhöhen. Kommen wir nun zur Vorderkammer. Die Vorderkammer, der vordere Teil des Auges wird auch als Vorderkammer bezeichnet. Die Vorderkammer hat eine Vielzahl an relevanten Strukturen. Wie wir schon gehört haben, der Ciliarkörper hier hinten hat nicht nur die Aufgabe, dass er an der Akkumulation beteiligt ist, sondern führt auch zur Produktion des Kammerwassers. Das Kammerwasser wandert dann hier zuerst über die Hinterkammer langsam nach vorne in die Vorderkammer, wo es die Hornhaut und die Linse versorgt mit Nährstoffen. Und dann über den Angulus Iridocornialis, den Kammerwinkel, vorbei an der schwalbischen Linie. Die schwalbische Linie ist praktisch die äußerste Schicht des Endothels. Durch das Trabekelwerk am Sklerasporn vorbei in den Schlemmischen Kanal kann das Kammerwasser dann abfließen in den Plexus venusus. Und wenn wir uns diesen Kammerwinkel noch einmal vergrößert anschauen, also wir sehen jetzt hier noch einmal Iris, Ciliarkörper, Sklerasporn hier, Schlemmscherkanal hier, dann sehen wir, dass das Trabekelwerk eigentlich ein dichtes Maschennetzwerk ist, das aus einem Uwealen Anteil, einem Corneoskleneralen Anteil und einem Uwealen, einem Uwealen, einem Uwealen, einem Uexterkanalikulären Anteil besteht. und erst wenn das Kammerwasser durch alle diese filternden Strukturen durchgewandert ist, gelangt es hier in den Schlemmschenkanal und kann aus dem Auge abtransportiert werden. Und wenn dieser Abfluss nicht korrekt funktioniert, dann kann es zu einer Augendrucksteigerung kommen. Das ist beispielsweise bei manchen Formen von Glaukom die Ursache, kann aber auch nach Operationen der Fall sein, wenn durch aufgewirbelte Zellen oder Pigment der Abfluss hier vorübergehend verlegt ist. Die Linse oder auch Lenskristallina ist, wie wir schon gehört haben, das zweite Organ, das keine eigene Vaskularisation besitzt und ausschließlich durch das Kammerwasser ernährt wird. Sie hat einen Durchmesser von ca. 9 bis 10 mm und eine Tiefe von ca. 4 mm. Man kann sich das merken mit einem, die Linse ist ein 9 to 5 Job, 9 mm Durchmesser, 5 mm Tick. Sie besteht zu ca. 30% aus Rinde und zu etwa 70% aus dem Kern. Die Linse ist eine bikonvexe Linse und hat ein Gewicht von 130 mg in jungen Jahren und nimmt über das Leben hinweg ein Gewicht zu. Der Grund dafür ist folgender, die Zellen der Linse bilden sich hier in der sogenannten Germinative Zone und die Linsenfasern wachsen und werden dann immer länglicher. Es kommen praktisch immer nur Linsenfasern dazu. Der Kern sind praktisch die ältesten Zellen aus unserer Kindheit und im Alter kommen immer mehr und mehr solche Schichten dazu. Das heißt, die Linse vergleiche ich oft mit einem Baum oder mit einem Baumstamm. Der Baumstamm hat Ringe, an denen man praktisch die Jahre zählen kann. Die Linse hat praktisch das Gleiche, nur dass die Linse nicht die Ringe von innen nach außen hat, sondern von außen nach innen. Die Linse liegt in einer sogenannten Linsenkapsel, das kann man sich vorstellen wie ein Linsensack, hat vorne dann ein Linsenepithel, hinten auf der Rückseite eigentlich kein Epithel, hat einen Kortex, eine Linsenrinde und einen Nukleus, einen Linsenkern mit einem erwachsenen Teil und einem infantilen Teil. Und wenn wir jetzt wieder uns überlegen, wie kann der Augenarzt das begutachten, dann sehen wir hier noch einmal die Hornhaut, die in diesem Bild jetzt unscharf ist, weil wir den Fokus weiter hinten in das Augeninnere legen und da sehen wir hier im Augeninneren praktisch einen Querschnitt durch die Linse, hier die Vorderfläche der Linse, einzelne Schichten, den Kern und dann irgendwann die Rückfläche der Linse. Die vordere Seite hier wird auch als anteriorer Linsenpol und die hintere Seite als hinterer Linsenpol bezeichnet. Kommen wir nun zur Aderhaut. Auch die Aderhaut ist nun der letzte Teil der Uwea, der Tunica Vaskulosa. Die Aderhaut kann man weiter in unterschiedliche Schichten unterteilen, in die Lamina Superchoroidea. Das ist die äußerste Schicht, die aus einem elastischen Bindegewebe besteht und auch pigmentierte Bindegewebszellen enthält. Aus der Lamina Vaskularis, das ist die äußere Gefäßschicht, die die großen Arterien und Venen enthält. Sie ist ein stark pigmentiertes Bindegewebe eingebettet und hat zwei Teilschichten, die retinennahe Sattlersche Schicht und die sklera-nahe Hallersche Schicht. Das Tapetum lucidum ist eine Schicht, die beim Säugetier oder nicht bei allen Säugetieren vorhanden ist. Beim Menschen, beim Schwein und Kaninchen fehlt sie beispielsweise. Aber bei vielen Säugetieren gibt es ein Tapetum lucidum und das ist eine Schicht mit kristallinen Einlagerungen, die beispielsweise bei Hunden oder Katzen besteht und die eine Beugung und Reflexion des Lichts ermöglichen und somit als Art Restlichtverstärker dienen. Und das ist der Grund, warum wir ein Foto von einer Katze machen, die Augen im Dunkeln massiv reflektieren. Für die Tiere ist das so, dass sie praktisch das nutzen, um ihr Sehen im Dunkeln zu verbessern. Dann gibt es noch die Lamina Choriocapilaris. Das ist die Endverästelung des Choroids und die bildet nur wenige Mikrometer Dicke zur Netzhaut hingelegene Gefäßschicht, die für die Ernährung der äußeren Schichten der Netzhaut verantwortlich ist. Und die Lamina Vitra oder auch Complexus Basalis oder Bruchschirmmembran stellt dann die Verbindung zwischen der Aderhaut und der Pigmentschicht der Netzhaut dar. Kommen wir nun zur Netzhaut oder Retina, die sich vom lateinischen Wort Rete Netz ableitet und praktisch die innerste Schicht des Auges ableitet. Dabei ist es noch wichtig, wenn ich jetzt von es liegt außen an der Netzhaut, dann meine ich eine Schicht, die praktisch zur Außenseite des Auges hingeneigt ist. Und wenn ich sage innen, das sind die inneren Netzhautschichten, dann sind das die Schichten, die an der Innenseite liegen. Und die Netzhaut funktioniert so gut, dass bereits ein einzelnes Photon einen Lichtreiz auslösen kann, wenn er auf einen Fotorezeptor fällt. Die Netzhaut besteht ebenfalls aus verschiedenen Bestandteilen. Es gibt den Pars-Keke-Retinae, also das ist der Teil, der nicht optisch aktiv ist, der hier eben die Innenseite von Iris- und Ciliarkörper auskleidet. Die Oraserata, das ist praktisch der Übergang vom optischen Teil zum Pars-Keke der Netzhaut. Dann haben wir den Pars-Optica, der Teil der Netzhaut der Licht verarbeiten kann, mit der sogenannten Macula Lutea, mit dem gelben Fleck. Das ist praktisch der Bereich des schärfsten Sehens und die Stelle des wirklich schärfsten Sehens ist dann die Fovea Zentralis. Die Papille ist der Eintritt oder Austritt des Sehnerven, wird auch als Sehnervenkopf bezeichnet und der Nervus Opticus, der zweite Gehirnnerv, leitet praktisch die Lichtreize nach außen. Hier sehen wir noch einmal eine vergrößerte Darstellung von diesem Übergang. Also wir haben hier praktisch den Pars-Optica der Netzhaut und hier eben an der Innenschicht des Ciliarkörpers den Pars-Keke-Retine, der sich in einen Pars-Iridica-Retine und einen Pars-Ciliaris-Retine unterteilen lässt. Und im Rahmen der Untersuchung als Arzt hat man einen Blick wie diesen hier, wo man praktisch von vorne auf die Rückseite des Auges hineinschaut. Also wir haben jetzt keinen Querschnitt, sondern wir schauen hinein und dann sehen wir hier groß ringförmig den Sehnervenkopf, die Papillernervi-Optica, die auch als blinder Fleck bezeichnet wird, weil in diesem Bereich kann kein Licht verarbeitet werden. Aus ihr treten die Arterien, Arteria und Venacentralis-Retine. Hier in dieser Abbildung auch zu sehen ist eine Besonderheit, eine Cilioretinale Arteria, das ist eine zusätzliche Arterie, die einen Teilbereich der Netzhaut versorgen kann. Wir haben die Macula Lutea, den gelben Fleck, mit der Sehgrube in der Mitte, der Fovea Zentralis. Der Grund, warum die Macula Lutea als gelber Fleck bezeichnet wird, liegt an den eingelagerten Carotinoiden, Lutein und Ceaxantin, die die Aufgabe haben, energiereiches Licht zu filtern und somit die Netzhaut vor starker UV-Strahlung und photooxidativen Schäden zu schützen. Und die foveale Senkung ist eine Vertiefung in diesem Bereich, die Sehgrube, wo praktisch die höchste Dichte an Photorezeptoren liegt. Nur kurz, die Gefäße der Netzhaut werden weiter unterteilt in ihre Äste und eigentlich ist es relativ einfach. Alle Äste, die im oberen Bereich liegen, sind superiore Äste. Alle Äste, die im unteren Bereich liegen, sind inferiore Äste. Alle Seiten, die temporal liegen, sind temporale Äste. Und alle Äste, die medial liegen, sind mediale Äste. Das heißt, wenn wir jetzt hier 2a anschauen, dann sehen wir, Blut in Arterien ist einerseits heller und außerdem sind Arterien etwas dünner als Venen. Das heißt, bei 2a handelt es sich um die Arteria temporalis retina superior. Wie ist das also, wenn ich jetzt als Augenarzt das anschaue? Ich nütze ein Mikroskop und mit Hilfe des Mikroskop kann ich praktisch in das Innere des Auges hineinschauen und sehe dann alle diese Strukturen, die wir gerade besprochen haben. Ich sehe hier den Sehnerven, ich sehe hier Arterien, Venen, die Makula und den gelben Fleck. So sieht das Ganze also aus. Und wenn wir uns jetzt hier in einem Teilbereich hineinzoomen und doch noch einmal einen Querschnitt anschauen, also wir haben jetzt hier wieder das Auge mit der Rückseite und wir schauen uns hier einmal die Schichten an, dann haben wir hier die sogenannten Schichten der Netzhaut, die von innen nach außen, also innen wieder hier im Inneren des Auges, zuerst die Lamina, die Lamina transinterna, die dann in das Stratum neurofibromatorum, also in die Nervenfaserschicht, übergeht. Das sind praktisch die Nervenfasern, die hier die empfangenen Impulse weiter an das Gehirn leiten. Mit der Ganglienzellschicht, das heißt die Nervenfaserschicht, wandert hier in die Ganglienzellschicht, über, bildet dann in der inneren Plexiformenschicht Synapsen zwischen Axonen und Dendriten zu den Bipolarenzellen, die auch als Stratum nukleare interior bezeichnet wird und die Bipolarzellen wiederum verknüpfen sich zu den Photorezeptoren, bildet hier noch einmal ein Stratum plexiforme, in diesem Fall externum, also eine äußere plexiforme Schicht, eine äußere Körnerschicht, dann gibt es eine Lamina-Limitanz externa, die wird auch teilweise aus Müllerzellen, teilweise hier im Bereich der Photorezeptoren gebildet wird. Dann haben wir die Photorezeptor-Außensegmente, die ganz außen dann auf das retinale Pigmentepithel treffen. Das heißt, wie funktioniert also nun die Weiterleitung des Lichts? Wenn jetzt ein Photon hier in das Auge hineinwandert, dann durchdringt es erst alle Schichten, bis es hier auf einen Photorezeptor trifft. Wir haben zwei Arten von Photorezeptoren. Es gibt die Zapfen, die hauptsächlich für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich sind und meistens so verschalten sind, dass mehrere Zapfen, so wie hier, einaktiviert werden müssen, um ein Signal auszulösen. Und es gibt die Stäbchen, die für das Farbsehen verantwortlich sind, die etwas... äh, die... jetzt habe ich es verwechselt, es gibt die Stäbchen, die für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich sind und es gibt die Zapfen, die für das Farbsehen verantwortlich sind. Und, äh, das heißt, ein Lichtreiz trifft jetzt hier beispielsweise auf einen Zapfen. Ein Zapfen kann eine Farbe erkennen, wird dann über eine bipolare Zelle weitergeleitet an eine Nervenfaserzelle, ähm, die dann den Reiz weiter über den Sehnerven in das Gehirn zur Verarbeitung leitet. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wie diese Zellschichten mit einem... mit unserer Netzhaut, ähm, übereinstimmen, wir haben hier eine optische Kohärenztomographie, eine OCT-Aufnahme und dann sehen wir eben hier noch einmal diese Schichten. Also wir haben hier den Sehnerven abgebildet mit der Nervenfaserschicht, hier haben wir die Stelle des schärfsten Sehens, die Fovea und hier, äh, die helle Linie, die das retinale Pigment, oder eigentlich das, äh, hier die helle Linie, die das retinale Pigmentepithel darstellt. Die Netzhaut hat aber zusätzlich noch andere Zellen, die als stützende Zellen, ähm, fungieren. Wir haben die Amagrinenzellen, die noch nicht ganz eindeutig geklärt haben, wobei, wobei denen noch nicht ganz eindeutig geklärt ist, was ihre Funktion ist, ob sie an der Signalmodifikation eventuell beteiligt, dann gibt es die horizontalen Zellen, äh, die eine seitliche Verschaltung und eine laterale Hemmung verursachen und dann gibt es die Müllerzellen, die die zweithäufigste Komponente der Netzhaut darstellen, ähm, sie sind dafür da, dass das Licht, äh, adäquat weitergeleitet werden kann und sie verhindern eine Streuung und erhöhen somit die Sehschärfe. Außerdem sind sie an der Depolarisation des frei werdenden Kaliums beteiligt und wesentlich für die Zytoarchitektur der Netzhaut. Wir haben schon gehört, es gibt zwei verschiedene Fotorezeptoren, es gibt die Stäbchen, die eben stäbchenförmig gerade sind und die Zäpfchen, die zapfenförmig sind, die aus einem Axon bestehen, einem inneren Segment, das über ein Zylium mit dem Außensegment des Fotorezeptors verbunden ist und dann direkt an das retinale Pigmentepithel äh, hier angebunden ist. Das retinale Pigmentepithel nimmt Abbauprodukte der Fototransduktion, also der Lichtverarbeitung, auf. In diesem Fall sehen wir hier Außensegmente, also die Außensegmente hier werden immer wieder abgeschieden, werden dann vom retinalen Pigmentepithel aufgenommen, abgebaut und über die Aderhaut abtransportiert. Prinzipiell ist es so, der menschliche Körper hat ca. 110 Millionen Stäbchen, ca. 6 Millionen Zapfen. Die Zapfen, die für das Farbsehen verantwortlich sind, befinden sich hauptsächlich im Bereich des gelben Flecks. Die Anzahl der Zapfen ist verantwortlich für die Auflösung der Bildqualität, also die Fotorezeptordichte. Es wird momentan davon ausgegangen, dass es eigentlich drei Arten von Fotorezeptoren gibt, also nicht nur die Stäbchen, die für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich sind, oder die Zapfen für das Farbensehen, sondern man nimmt an, dass es auch intrinsische, fotosensive Ganglienzellen gibt, auch IPRGC genannt, die ein Fotopigment namens Melanopsin enthalten und nur ca. 1% der Ganglienzellen ausmachen. Und es wird eben angenommen, dass die für die Wahrnehmung von Umgebungslicht und nicht für die Bild- und Mustererkennung verantwortlich sind und über den Traktus Retinohypothalmicus an den Nucleus Suprachiasmaticus des Hypothalamus weiterleiten und somit für die Zikadiane Rhythmik verantwortlich sind. Also, dass sie praktisch dafür verantwortlich sind, dass wir, wenn es dunkel ist, müde sind und wenn es hell ist, wach sind. Zusätzlich ist es so, dass wir Menschen Trichromaten sind, das heißt, wir haben drei verschiedene Arten von Zapfen. Wir können Rot, Grün und Blau unterscheiden. Und die Zapfen sind insgesamt etwas weniger lichtempfindlich als die Stäbchen, das heißt, es verändert sich auch unser Farbempfinden bei Nacht. Das nennt man auch Porcini-Effekt. Es stimmt also das Sprichwort, dass nachts alle Katzen grau sind. Also, wie gesagt, es kann bereits ein einzelnes Photon, ein Stäbchen aktivieren. So lichtempfindlich sind die Stäbchen, die für das hell-dunkel Sehen verantwortlich sind. Allerdings ist es so, dass wir es wahrscheinlich trotzdem nicht aktiv in unserem Gehirn wahrnehmen würden, weil es meistens so ist, dass für die Entstehung eines Signals mehrere Lichtzellen gleichzeitig aktiviert werden müssen. Beim Auftreten eines Photons auf das in Membranstempel der Photorezeptoren eingelagerte Sebigment, zum Beispiel Rhodopsin, erfährt das eine Konformationsänderung. Und durch diese Konformationsänderung wird eine Enzymkaskade ausgelöst, die auch als visuelle Signaltransduktionskaskade bezeichnet wird und die schließlich zu einer Aktivitätsendung in der Nervenzelle führt. Also, langer Rede, kurzer Sinn, wie funktioniert nun die Lichtreaktion? Ein Photon trifft auf das Außensegment eines Photorezeptors, wird hier durch ein Pigment oder verändert hier die Form eines Pigments und das führt dazu, dass schließlich ein elektrischer Reiz ausgelöst wird und weiter an das Gehirn geleitet wird. Wie funktioniert also diese Weiterleitung? Die Weiterleitung funktioniert über den Sehnerv. Und der Sehnerv ist ca. 4 mm dick, 4,5 cm lang und hat etwa eine Million Nervenfasern. Die genaue Angabe zu den Nervenfasern variiert ein bisschen. Er besteht, er liegt 15 Grad von der optischen Achse und wandert eben hier als Sehnerv bis zum Chiasma Optikum. Hier abgebildet haben wir auch das Gesichtsfeld. Das ist nur zur Veranschaulichung, damit klar ist, welcher Teil unseres Gesichtsfeldes wo verarbeitet wird und wir sehen, dass immer seitengleich gearbeitet wird. Das heißt, wenn das rechte Gesichtsfeld in das Auge einfällt, wird es auf der linken Netzhaut wahrgenommen und dann über den Sehnerven weitergeleitet im Chiasma Optikum kreuzen sich hier dann die Sehbahnen. Das heißt, es wird das rechte Gesichtsfeld, das mit dem rechten Auge und das rechte Gesichtsfeld, das mit dem linken Auge gesehen wird, kombiniert über den Traktus Opticus, über die Sehbahn dann weitergeleitet bis an das Corpus Gyniculatum Laterale oder auch das seitliche Kniehöcker. Und von dort wandert es dann über die Sehstrahlung oder die Radiatio Optica weiter zur Arias Triata, zur Seerinde, wo unser Lichtreiz verarbeitet wird. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist auch ganz klar, wie Gesichtsfelddefekte sich erklären lassen. Wenn also beispielsweise ein Patient einen Gesichtsfeldausfall auf einer Seite bemerkt und auf der anderen Seite alles gut ist, dann kann der Defekt nur im Bereich des Nervus Opticus bestehen. Also eine Amaurose, ein Ausfall einer Seite kann noch andere Ursachen haben. Im Auge kann es theoretisch sein. Wenn ich eine Blutung im Auge habe, dann kann ich natürlich auch nichts sehen. Aber wenn jetzt ein Problem der Nervenleitbahn besteht, dann muss das hier im Sehnerven liegen, weil ja die Hälfte der Bahnen eigentlich hier auf die andere Seite hinüber wandern würde und dann Gesichtsfeldveränderungen auf der zweiten Seite verursachen. Das ist auch der Grund, warum eine bitemporale Hemi-Anopsie, also hier zweitens, wo wir praktisch auf beiden Augen außen nichts sehen, immer mit einer Veränderung im Chiasma Optikum verbunden ist, weil für die äußeren Gesichtsfelder verantwortlich ist immer die innere Netzhaut Seite und diese Fasern kreuzen hier im Chiasma. Das heißt, wenn das auf beiden Seiten ausfällt, dann muss die Lesion ganz typisch im Chiasma Optikum liegen und das wird auch ganz oft bei Prüfungen abgefragt. Wenn es jetzt nur zu einer einseitigen Hemi-Anopsie kommt, also zu einer unilateralen Hemi-Anopsie, dann muss der Defekt perichiasmal liegen. Wenn aber die Hemi-Anopsie, also ein Gesichtsfeldausfall auf der gleichen Gesichtsfelderhälfte auf beiden Augen besteht, dann spricht man von einer homonymen Hemi-Anopsie und in diesem Fall muss der Defekt die Fasern erst kreuzen müssen, bevor dann beide zusammen ausfallen. Quadranten-Anopsien sind jetzt anhand dieser Darstellung hier schwerer nachzuvollziehen, aber wenn man sich das mal in einem Querschnitt anschaut, dann ist das auch klarer, weshalb eine superiore Quadranten-Anopsie durch einen Ausfall der vorderen Schleife entsteht und eine inferiore Quadranten-Anopsie durch einen Ausfall der inneren Sichtstrahlen besteht. In dem Rahmen einer homonymen Hemi-Anopsie bei der das Zentrum noch vorhanden ist, befindet es sich oft die Läsion in der Arias Triata, weil das Zentrale sehen wir hier am Posterium Ende des Occipital-Lappens liegen. Der Nervus Opticus noch einmal, also wandern wir jetzt wieder zum Sehnervenkopf und zum Auge zurück, hat hier die Netzhaut, die praktisch die Papille, den Sehnervenkopf bildet. Die Sehnerven müssen hier durch die Lamina Crebrosa, die Siebplatte wandern. Im Inneren des Sehnerven befindet sich die Arteria Centralis Retina, die auch die Netzhaut in ihrem Inneren versorgt. Der Sehnerv ist umgeben von Hirnhäuten, von Meningen und bildet somit eigentlich nur einen vorgestülpten Teil Teil unseres Gehirns. Auch die Durchblutung des Sehnervenkopfes und der Netzhaut ist spannend. Die Arteria Ophthalmica bildet dann die Arteria Centralis Retina, die hier in das Auge hineinwandert. Ich glaube, hier ist eine Verwechslung in der Nummerierung. Also die Arteria Centralis Retina ist natürlich hier im Zentrum des Sehnerven. Dann haben wir hier die posterioren Ciliar Arterien, die sich in kurze Äste und in lange Äste unterscheiden. Und hier wiederum ein Bild, wie der Sehnervenkopf ausschaut, wenn wir den im Rahmen der Untersuchung anschauen. Wir können natürlich nur den inneren Teil sehen und nicht aus dem Auge hinaus. Man kann hier oft kleine punktförmige Veränderungen im Rahmen der Lamina Cribrosa erkennen, man kann die Arterien und die Venen der Zentralarterie ebenfalls erkennen und man kann hier die Neuroretinalen ranzauen, das ist praktisch die Dicke der Nervenfaserschicht beurteilen und eventuell Rückschlüsse auf Krankheiten machen. Auch hier habe ich wieder eine optische Kohärenztomographie mitgebracht, wo wir praktisch sehen, wie diese Nervenfasern hier aus dem Auge hinaus wandern und wir sehen hier einmal im Querschnitt angeschnitten ein Gefäß im Bereich des Sehnervenkopfes. Sind wir schon fast am Ende der Vorlesung, haben noch den Glaskörper, den Vitreus, oder das Corpus Vitreus zu besprechen, der eine gelartige, durchsichtige Substanz ist, die unser Augeninneres ausfüllt und am Inneren des Auges anhaftet. der Glaskörper besteht zu 98% aus Wasser und nur zu 2% aus Hyaluronsäure und der Rest ist aus Kollagenfasern vom Typ 2 und 9 zusammengesetzt. Er gewährleistet die Stabilität unseres Auges und kann im Rahmen von verschiedenen Veränderungen, beispielsweise von Glaskörper Trübungen oder im Alter ist es physiologisch normal, dass der Glaskörper anfängt zu schrumpfen und wenn er an einzelnen Stellen fester haftet, kann es dort zu Verletzungen kommen. Wenn aber der Glaskörper im Rahmen von Operationen entfernt wird, hat das keine wesentliche Relevanz für die Funktion des Auges. Generell werden noch verschiedene Bereiche, Räume und Bänder unterschieden. Der Glaskörper selber haftet an verschiedenen Stellen etwas stärker am Auge an. So haben wir hier die Glaskörper Basis oder auch Salzmann Glaskörper Basis im Bereich der Ora Serrata, das Wieger Ligament oder das Wiegerband, das hier hinten an der Linse ansetzt und den Matigiani-Ring hier hinten im Bereich des Sehnerven. Der sogenannte Glockett-Kanal ist ein Überbleibsel der Fötalen Vaskularisation. Im Rahmen der Entwicklung des Auges liegt nämlich hier eigentlich ein Gefäß, das die Linse mit zumindest während der Entwicklung noch versorgt und dieses bildet sich dann vollständig zurück und hinterlässt den sogenannten Glockett-Kanal. Und dann gibt es noch verschiedene Räume, die sich hier zwischen Glaskörper und Hinterkammer bilden. Einmal den Bergerraum, der zwischen Linse und vorderer Glaskörper Grenzmembran besteht, den Petit-Raum, den Garnier-Raum und den Hannover-Raum soll nun mal erwähnt sein. Und somit bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, die Vorlesung war spannend für Sie.